Wünsche Zieberdiener, knapp sieben. Übernachten, knapp fünf. Ach, Mensch, hausgereck. Der Herr, haben das Glöckchen geschlagen? Ja, das habe ich. Damit ich komme, was? Ja, genau Sie wollte ich. Genau mich? Na klar, von Ihnen bekomme ich doch sicher, was ich möchte, ne? Wenn Sie sich da vielleicht mal ein bisschen genauer ausdrücken möchten. Na, zunächst brauchen wir ja wohl ein Zimmer, oder? Na Gott, Sie gehen aber ran. Wieso? Ja, wieso? Ich möchte bei Ihnen nächtigen. Bis 23 Uhr habe ich Dienst. Wenden Sie mal, es ist jetzt 21.10 Uhr, da werden Sie mal wohl bis 23 Uhr das Zimmer geben können. Natürlich, natürlich. Ich warte nämlich nicht gern. Na Gott, schon sind Sie heftig. Ich bin ja schon dabei. Schönes, großes Einzelnen, Vorhänge plüsch, lila. Hier sind wir aber ein Doppelzimmer. Doppel? Nein, sind Sie aber großzügig. Hauptsache doppel. Also wie Sie das sagen. Wieso? Ich bekomme nämlich Besuch. Besuch? Ja. Gleich am nächsten Tag? Von wem denn? Ich bekomme immer denselben Besuch, jung und hübsch. Ach, da mache ich ja morgen freiwillig Diensten. Eigentlich wäre ich nämlich gar nicht dran gewesen. Also dann, Anmeldung können wir ja oben ausfüllen. Ja, das ist immer so lästig. Aber da helfe ich doch gern dabei. Hier ist der, oh, hoppla. Hier ist der kleine Sesam, öffne dich. Also ein schönes Zimmer zu zweit. Am besten ich gebe drauf und zeige Ihnen gleich alles. Ach, jetzt habe ich Sie erst verstanden.